In diesem Video werden wir fünf Dinge behandeln, die ich gerne vor dem Einstieg in den PTR gewusst hätte. Es gibt viel zu entdecken und zahlreiche Features zu erkunden. Egal, ob ihr selbst im PTR starten und einen Vorsprung haben möchtet oder einfach nur über die Geschehnisse informiert sein wollt, dieses Video ist perfekt dafür. Lasst uns beginnen und zum ersten Punkt kommen, den ich gerne vorher gewusst hätte. Beim Start des PTR wurde alles auf Null zurückgesetzt, inklusive aller Fortschritte und Errungenschaften. Und ihr fangt an, nein, es gibt keinen Charakter in eurem Inventar, ihr fangt komplett neu an. Es ist eine frische Installation, denn es wird am 9. alles löschen und dann ist alles weg. Also wenn ihr startet, beginnt ihr tatsächlich ganz am Anfang von Diablo and Fear, wo ihr quasi die ersten Quests durchlauft und herausfindet, was vor sich geht. Und schließlich führt es euch nach Kyowashat. Das müsst ihr machen, denn in Kyowashat haben sie die spezielle Mechanik hinzugefügt, die euch sofort auf Level 100 bringt. Anstatt Zeit mit dem Leveln zu verbringen, springst du direkt ins Endgame und kannst viele Funktionen testen. Das passiert, wenn du hier ankommst, nachdem du die kleinen Quests erledigt hast. Es beginnt unten, du bewegst dich nach oben und erreichst schließlich Kyowashat. Sobald du hier bist, gibt es eine Person zum Ansprechen, die direkt über diesem Hauptwegpunkt steht. Sobald du diesen Wegpunkt siehst, wird dort eine Person direkt darüber stehen. Du sprichst mit ihnen und wirst sofort auf Stufe 100 teleportiert, sodass du gleich loslegen kannst. Du musst auf nichts warten. Sie geben dir auch eine Menge Materialien, damit du sofort mit dem Testen beginnen kannst. Jetzt willst du dich natürlich so einrichten, dass du spielen und Dinge ausprobieren kannst. Sobald du deine Ausrüstung hast und alles erledigt ist, möchtest du auch kämpfen gehen. Es gibt jedoch ein paar Dinge, die du überprüfen solltest, bevor du Kyowashat verlässt, die dir sehr helfen werden. Eines der ersten Dinge ist, dass du hierher kommen willst. Hier ist der Stall. Du musst dein Reittier aktivieren. Ich war aufgeregt, hatte all meine Ausrüstung. Ich habe gespielt, war bereit, es auszuprobieren und dann bin ich rausgerannt ohne Pferd. Ich dachte, warum funktioniert mein Pferd nicht? Also musstest du hierher kommen. Für manche ist es wahrscheinlich offensichtlich, aber ich habe es übersprungen. Aber hol einfach hier das Pferd und dann solltest du wirklich reingehen und deine Einstellungen überprüfen. Denn alles wurde geändert. Ich möchte ein paar Dinge hervorheben. Abgesehen von den Steuerungen, wenn du etwas Ungewöhnliches machst, solltest du deine Steuerungen akzeptieren. Aber hier im Spielablauf aktiviere ich sofort erweiterten Tooltip-Vergleich und erweiterte Tooltip-Informationen. Das gibt mir alle Informationen, die ich brauche, um Entscheidungen über meine Ausrüstung zu treffen, ohne mich zu bremsen. Eine weitere Neuerung, die ziemlich cool ist, um sicherzustellen, dass sie sich dort befindet, wo ich denke. Also im oberen Bereich der Grafikeinstellungen, wenn du hier runter scrollst, die letzte Option, Sichtweide, falls es dir noch nicht aufgefallen ist, sie haben die Kamera tatsächlich weiter zurückgezogen, sodass wir mehr sehen können, was ich denke, wird bei Builds mit Dienern und Begleitern helfen. Aber wenn dir das aus irgendeinem Grund nicht gefällt, kannst du einfach hierher zurückkommen und auf Standard klicken. Also diese Einstellungen vornehmen, dein Pferd holen, das bereitet dich darauf vor, rauszugehen und tatsächlich zu erleben, was vor sich geht. Jetzt eine Sache, von der ich denke, dass sie einer der größten Spielveränderer sein wird für die gesamte Funktionsweise von Diablo, ist die Art und Weise, wie der Codex der Macht funktioniert. Ich hasste es. Wenn ich mich nicht früh auf einen Build festlegte und dann versuchte, jedes Teil zu bekommen, jeden hohen Rollcode oder Aspekt, den ich brauchte, um diesen Build perfekt zu machen. Es gab wenig, was ich tun konnte. Früher konnte ich nicht einfach wechseln und einen anderen Build ausprobieren. Doch mit dem Codex der Macht hat sich alles geändert. Es gibt keine Prägungen mehr. Wir entfernen nicht einfach Einzelstücke in der Hoffnung, dass sie nicht durch etwas ersetzt werden oder später irrelevant sind. Dann werfen wir sie weg oder verkaufen sie für nichts. Im Codex der Macht ist jedoch alles vorhanden. Jedes Mal, wenn du legendäre Ausrüstung zerlegst, die eine Verbesserung für eines dieser Elemente hat, wird sie direkt in diesem hier aufgewertet. So wie dieses hier. Lass uns eine Menge davon aufwerten. Aber dieses hier, der Aspekt der gehärteten Knochen, hat einen von 16. Ich habe noch keine Aufwertung gefunden oder eine zerlegt, die mir diese Fake-Hit geben würde. Aber der grundlegende Aspekt ist jetzt sofort für mich verfügbar. Das ist genial. Natürlich wird es Material kosten. Eine ordentliche Menge an Materialien, um es anzuwenden. Aber die Tatsache, dass wir diese bekommen und wenn wir jemals einen perfekten Wurf erzielen, haben wir einfach einen perfekten Wurf für diese Saison in unserem Codex der Macht. Das ist genial. Das ermöglicht letztendlich, dass man viele Builds ausprobieren kann. Das hatte ich nicht erwartet. Ich hatte Gerüchte gehört, dass sie das nicht machen würden. Aber es ist tatsächlich hier. Also, ich weiß nicht. Ich bin begeistert. Das ermöglicht es mir, egal mit welchem Charakter ich auf Stufe 100 gehe. Ich kann viele Builds ausprobieren, was den PTR, denke ich, für jeden, der jetzt reinschaut, wertvoller macht. Aber es wird auch das Gameplay ab Saison 4 und darüber hinaus deutlich verbessern. Das nächste, was mir auffiel und etwas seltsam fand, war, dass ich nicht ganz verstand, was vor sich ging. Einfach, weil es neu ist. Es ist offensichtlich, wenn man so durchschwebt und alles liest. Aber falls das aufkommt, gibt es diese kleinen Symbole. Wenn du hier schaust, gibt es dieses kleine graue Symbol, sieht aus wie gekreuzte Schwerter und so. Steine und Zeug hier. Dieses hier hat so einen roten Schein. Ich habe zunächst nicht wirklich verstanden, was diese waren, aber als ich mich damit beschäftigte, stellte sich heraus, dass direkt unter der Levelanforderung steht, dass das Graue einen Aspekt im Kodex der Macht verbessert. Das bedeutet also, wenn ich das zerlege, wird einer dieser Aspekte im Kodex der Macht aufgewertet. Was auch immer dieser Aspekt ist, er wird eine höhere Rolle erhalten, als er derzeit im Kodex hat. Das ist immer wirklich cool, wenn man das sieht. Was bedeutet denn nun das Rote? Das bedeutet einfach, dass du nicht nur den Kodex bekommst, sondern auch ein Transmog, also das Aussehen dieses Gegenstands. Das ist das Aussehen dieses Gegenstands. Also, erinnere dich, als wir es vorher betrachtet haben, als wir ein neues Transmog bekamen, war es so eine kleine, ich weiß nicht, was ist das, eine Spitzhacke? Diese Spitzhacken-ähnliche Sache. Und das würde es uns ermöglichen, das Transmog zu bekommen. Jetzt, wenn es beides hat. Das ist wirklich eine einfache Methode. Zuerst wusste ich nicht, was das ist, aber jetzt ist es klar. Das führt mich zu Punkt 5. Dinge, die ich gerne früher gewusst hätte. Und das ist der Unterschied bei den Höllenfluten. Es ist ein bedeutender Sprung von dem, was es war. Und es ist erwähnenswert, dass wenn du anfängst aufzubauen und die Aschen sammelst, du auch dieses Ding direkt darunter hast. Also sind die Aschen jetzt so eine Art Dreieck mit einer Flamme darauf. Direkt unter dem Timer. Und darunter ein Bedrohungsmesser. Sobald du in den Höllenfluten tötest, steigt das Bedrohungsmesser. Und dann beginnen überall Hinterhalte. Und schließlich werden mehr Bosse freigeschaltet. Und es wird wahnsinnig schwierig. Es war eines der ersten Male, dass ich mich darauf einließ und mir nichts dabei dachte, denn ich habe schon viele Höllenfluten erlebt. Es war schon lange keine große Sache mehr, aber ich riskierte tatsächlich, wie beim Sterben, meine Aschen immer wieder zu verlieren. Wisst also, dass es sich sehr schnell aufbaut und extrem mächtig wird. Das steckt noch mehr dahinter. Ich habe definitiv vor, ein Video ausschließlich über die Höllenfluten zu erstellen, da es eine meiner Lieblingsmechaniken ist. Bevor wir jedoch abschließen, gibt es noch ein paar zusätzliche Dinge, die ich euch zeigen möchte. Diese fünf Hauptpunkte ermöglichen es euch, direkt einzusteigen und das Testreich schnell zu erkunden, um einige der neuen und interessanten Aspekte zu entdecken, die nicht immer offensichtlich sind. Und etwas, das mich ein wenig entmutigt hat, ist die Tatsache, dass viele der Raras oder Legendaries in Diablo keine wirkliche Bedeutung hatten. Und dann haben wir versucht sicherzustellen, dass die Affixe die richtigen sind. Gelegentlich, sehr selten gab es eine geringe Anzahl, vielleicht nur drei oder so ähnlich, anstatt alle vier zu haben. In diesem Fall werden alle Affixe maximal drei haben. Wenn du also einen Gegenstand am Boden findest, wird er drei Affixe haben. Mir fällt auf, dass egal welche Schreie oder seltenen ich aufgehoben habe, sie nur zwei Affixe hatten und es gibt keine Möglichkeit, ein weiteres hinzuzufügen. Du kannst durch das Härten zusätzliche Affixe hinzufügen, aber kein Basis-Affix. Im Endspiel sind nur die Legendaries wirklich wichtig. Du kannst die Seltenen nur für Teile zerlegen, es sei denn, es ist ein großartiger Fund, eine Kombination von zwei Dingen, die du früh brauchst, wenn du in Weltstufe 4 aufsteigst. Aber das wird schnell unwichtig. Du wirst nicht die Ressourcen investieren wollen, um das auf die nächste Stufe zu bringen. Zuerst war das ärgerlich. Ich dachte, okay, ich suche immer noch. Warum überprüfe ich all diese Seltenen? Dann wurde mir klar, im Endspiel mit legendärer Ausrüstung, Härten und Meisterhandwerk brauche ich nichts mit den Seltenen zu machen, außer sie aufzuheben und zu zerlegen. Das hat mir viel Zeit gespart, als ich anfing, Runs im Pit zu machen, was auch eine neue Funktion im PTR ist. Es ist wirklich cool, ein großartiges Endgame. Ihr werdet es lieben. Das nächste, was ihr verstehen müsst, ist, dass es eine große Änderung gibt. Bei, naja, allem Möglichen im Crafting. Auf der Grundebene, wenn wir uns diese Gegenstände anschauen, die wir früher hatten, hatten sie alle Upgrades darunter. Früher kamen wir hierher, um sie aufzuwerten, aber das gibt es nicht mehr. Im frühen Spiel wurde dieses Feature vollständig entfernt. Doch im Endgame, wenn ihr intensiv am Veredeln arbeitet und regelmäßig Gruben durchsucht, um Materialien zu sammeln, wird dies den gesamten Ersatz für Aufwertungen darstellen. Es wird nicht mehr nach dem Fünfer-System funktionieren, sondern es wird tatsächlich zwölf Aufwertungen geben. Auf den niedrigeren Stufen werdet ihr eine gleichmäßige Steigerung eurer Statistiken bei all euren Affixen feststellen. Doch wenn ihr die vierte Aufwertung erreicht, wird eine eurer Fähigkeiten mit einem 20%igen Anstieg belohnt. Also, es ist ein riesiger Sprung und es macht einen sehr deutlichen Unterschied für das Spiel. Jetzt werde ich ein Video mit viel mehr Details über das Handwerk machen, denn ich denke, es hat dieses Spiel tatsächlich in vielerlei Hinsicht gerettet. Es hat die Spielbarkeit für mich bereits viel angenehmer und unterhaltsamer gemacht, nach sogar Hunderten und Hunderten von Stunden, die ich bereits in dieses Spiel investiert habe. Und ich kann es kaum erwarten, dass ihr das auch erlebt. Aber wenn ihr dieses Video sehen wollt, sobald es verfügbar ist, stellen wir es genau dort ein. Bis dahin gibt es ein anderes Video, das ihr genießen könnt.